2 geoden dreck krass hey das mit diesem lichtring ist cool kupfer 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 brauchen wir ganz viel von nehmen wir alles mit kommen wir ja kommen wir alles ein erdkristall und müll was noch so schön ein gelatines globes muss kann man daraus fackeln mal ne sep hm na egal wo 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 die müssen wir sowieso ein paar mal killen wofür brauchen wir es eigentlich alles macht das macht das für nachher für basic fertilizer natürlich möchte nichts davon ach komm scheiß drauf ich brauche einfach diesen rucksack so hier links war doch auch noch irgendetwas noch mehr kupfer ja und geh weg geh weg geh weg geh weg geh weg stirb und lass ne leiter fangen na toll also leiter suchen na gut oh wir kriegen paar geoden finde ich gut ha leiter dann gehen wir auch direkt mal runter kupfer 17 mua komm geh weg wir brauchen definitiv ein besseres schwert die gehen mir auf den sack was bist du denn für ein komisches Viech ja ne ist klar dreck 2 sicher warum nicht ja klar nein 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 jetzt lasst mich wo 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 ist das irgend so ein... oh was... was bist du denn? ist das ein neues Schwert? A small light... ein bis drei... ja komm... können wir wahrscheinlich eh nicht verticken oder? komm Steine kann ich immer noch sammeln kriegen... ach so... so komm Arschdecken ein Artefakt, the curator of the local museum might want to know... Gunther... es ist mal wieder was für Gunther... ich hätt einen anderen Namen wählen sollen... schon wieder ein Topaz... komm Buckmeat kriegen wir genug... hier unten haben wir noch mehr... sterb, sterb, sterb... nicht schon wieder ein Pflegefiech... da habe ich keinen Bock drauf... geh weg... ach komm ey... also irgendwie läuft das heute aber mal gar nicht hier mit den Leitern... noch mehr von den Viechern... ich fasse es nicht... geht weg... wenigstens eine Leiter... ich saue oben noch was... nix besonderes... komm ich will auf 20... mitnehmen... brauchen wir alles... weg... geh weg... geh weg... geh weg... geh weg... so bevor du... oh... oh... toll... ich hab echt... ich brauch ne bessere Rüstung... das kann doch nicht wahr sein... Essen... 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 so... das brauchen wir alles nicht... boah... ey guck mal wie wenig Damage ich mach... kann doch nicht wahr sein... aber warte mal... Kohle... 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 ah... toll... äh... komm... scheiß auf Slimes... ähm... mwah... toll... das dürfen wir auch noch... ja... super... und... spät wird es auch noch... komm... 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 äh... ja... und noch ne Schriftrolle fallen gelassen... super... und noch direkt ein zweites... ja... sicher... was... was geht denn jetzt ab? komm... ist gut ey... so... du bist jetzt... ja... dich wollte ich nicht... noch ne Schriftrolle... dafür... ja komm... dafür dass wir den Topaz fliegen... den scheinen wir eh öfter zu finden... komm... lass mich noch auf 20 kommen... ja... ich weiß dass es spät ist... schlafe ich halt in der scheiß Höhle ein... ich will Level 20... ach... kommt schon Leute... wo ist die... Kackleiter... oah... oah... immer schön ablenken... ne... was ist denn... hä? ist schon... ist schon 2 Uhr? na toll... so ein Scheiß... boah... wir haben 200 Gold oder so verloren... Dreck... man... ist... jetzt sagt unsere... äh... Zukunft... Glück... neutral... liegt in meinen Händen... yay... gut... gut... ja... 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 ich bin in der Mine eingeschlafen... Pech... tomorrow we are all getting the flower dance... ja... habe ich gerade auch schon gelesen... oder gehört... oh... sieht mal was hier fertig... boah... es ist... es ist alles fertig oder? okay... ähm... wir legen mal eben... ne... den legen wir direkt da oben ab... hier rein... der kommt hier rein... dann packen wir... einen Draws... packen wir auch hier rein... hier rein... hier rein... hier rein... hier rein... hier rein... aber... können wir direkt mal wieder einen anschmeißen... oh... da können wir eigentlich auch... stone... wenn wir jetzt schon so viel Copper Ore haben... dann... könnten wir eigentlich auch direkt mal... shit... hätte ich mal... so... das weg... äh... falsch... das weg... so... und jetzt wird gesammelt... wunderbar... schon... nein... und schön schnell geht das... wie man mit E einfach alles abbrechen kann... nice... die... nein... die Bohnen hauen jetzt aber ordentlich rein... wach... nein... nein... Kauliflauer... wunderbar... nein... 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 wunderbar... das würde... scheinbar nicht wachsen... okay... wir haben... was haben wir... paar Snip... haben wir alles... weg... 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 grüne Bohnen... oh... haben wir eine goldene... cool... haben wir noch nicht aufgeschrieben... aufgeschrieben... Kauliflauer... die... müssen... können wir eine von weg packen... äh... wobei... warte mal... die bringt 75 Energie... das lassen wir noch mal... potatoes... haben wir noch gar nicht aufgeschrieben... potato... haben wir... boah... super... alles... wunderbar... boah... bin ich gespannt... was wir an Code kriegen... und was ist das? require... ach so... require Skies... äh... Kale... Vegetables... weg... the leaves... are great... in soups... and... stir fries... okay... äh... AY... ne... ne... nur A... Kale... alles klar... gut... so... dann haben wir... ach das geht wohl... cool... ja... alles klar... dämlich... so... Jodie... wollte so ein Ding... ne... Jodie... needs a fresh... caudy flower... mmmm... Marnie's Ranch... leee... da... home of Jodie... Kent and Sam... okay... kann ich also... eigentlich auch... untenrum... latschen... ähm... wir machen... glaube ich... haben die ne... öffnungszeit... nö... gut... dann... wird... man... nein... so... würde ich sagen... gießen wir hier erst nochmal eben... dann ist wahrscheinlich gleich auch der Kupferbarren schon wieder fertig... so... die Sachen hier schön noch gießen... der komische kleine Pimmel hier wächst auch nicht... wieso wachsen manche und manche nicht... merkwürdig... so... du da rein... du da rein... du kommst mal mit... du kommst mal mit... so... guck mal... wenn wir... wenn wir den Standardscheiß mit haben... dann haben wir noch... 1... 2... 3... 7 Plätze... hä? 1... 2. 3. 4. Vielen Dank.